Das ist jeden Morgen das Größte für das Lama-Weibchen Fiesta. Eine Wellnessbehandlung mit einem Laubbläser ist gerade im Sommer aber auch was wirklich Feines. Die Lama-Dame begrüßt im Zoo in Houston im US-Bundesstaat Texas jeden Morgen die Tierpfleger und verlangt ihre Behandlung mit dem Laubbläser. Der ist aber eigentlich dazu da, die Stelle in dem Streichelzoo zu reinigen. Fiesta scheint die Sauberkeit ihres Stalls aber weniger wichtig zu sein. Doch irgendwann müssen die Pfleger auch das erledigen. Dann heißt es für Fiesta wieder warten auf den nächsten Morgen und eine neue exquisite Laubbläserbehandlung.